Ja, herzlich willkommen. First of you, I have to apologize. Today it will be in German. And I will speak German. And Felix is so kind to translate for you. So, also möchte Jay Garfield, Professor Jay Garfield, ganz herzlich heute Abend hier im Tibetischen Zentrum begrüßen. Wir freuen uns und sind sehr dankbar, dass er extra aus den USA, aus Northampton, das ist bei Boston, zwei Stunden entfernt von Boston, hergekommen ist, zu uns hier nach Hamburg. Und du kannst es gleichzeitig übersetzen, oder? Cool. Okay. Oder soll ich immer warten? Nein. Okay. Okay. Also, wir freuen uns sehr, dass er hergekommen ist und wir sind auch sehr erfreut, dass er seine Frau Blaine mit hergebracht hat. Und es ist ja ein langer Weg von dort hierher. Und gestern Abend hat Professor Garfield schon an der Universität einen Vortrag gehalten. Viele von Ihnen, viele von Euch sind schon da gewesen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Sie hergekommen sind, dass ihr hergekommen seid und trotz des anstehenden Fußballspiels hier ins Tibetische Zentrum gekommen seid. Aber ich kann Euch trösten. Wir haben uns gedacht, das Fußballspiel ist so wichtig, dass wir machen pünktlich um 20.30 Uhr Feierabend. Und wer möchte, kann uns mit uns dann gerne drüben im Raum vor dem Fernseher verbringen, bei Knabbereien dann das wichtige Fußballspiel verfolgen. Also, wer möchte, ist herzlich willkommen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Warum haben wir Professor Garfield eigentlich hier eingeladen ins Tibetische Zentrum? Wir machen im Tibetischen Zentrum unsere mehr traditionellen Studien sehr ausführlich, etwa in dem siebenjährigen Studium, das wir seit 1988 hier anbieten. Und wir hatten schon sicher an die tausend Studenten, die dieses Studium mittlerweile durchlaufen haben. Aber wir leben natürlich hier im Westen und deshalb ist es auch unsere Verpflichtung, unsere Aufgabe zu schauen, welche Brücken wir schlagen können zu dem Leben, zu der Kultur hier im Westen. Und das ist etwas, was auch dem Schirmherrn unseres Zentrums, seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, besonders am Herzen liegt. Zum Beispiel 1998 bei den großen Unterweisungen in der Lüneburger Heide. Vor 10.000 Menschen hat er uns am Ende in einer Audienz gesagt, dass es ihm sehr wichtig ist, dass wir versuchen, einen stärkeren Austausch auch mit der akademischen Welt zu pflegen und besonders auch auf dem Gebiet der Philosophie. Wir haben ja schon seit vielen Jahren diverse Dialogprogramme, etwa mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften hier in Hamburg. Wir haben hier mitgestaltet den überkonfessionellen Religionsunterricht an den Schulen. Es gibt Zusammenarbeit mit der Universität, mit dem Institut für Weiterbildung. Hier haben wir über lange Jahre ein Programm gemacht über die Geschichte und die Inhalte des Buddhismus. Eine unserer Nonnen, Carola Roloff, hat einen Forschungsauftrag an der Universität zum Wiener Jahr. Und wir wissen ja auch, dass seine Heiligkeit etwa im Rahmen von Mind and Life sehr viel Dialog mit den Naturwissenschaften, der Hirnforschung und so weiter durchführt. Aber in der Philosophie sind die Dialoge zwischen Ost und West bisher eher eine Rarität. Und das Interesse besonders von Philosophen, von westlich ausgebildeten Philosophen an der indischen Philosophie und speziell der buddhistischen Philosophie scheint nicht besonders ausgeprägt zu sein. Und deshalb war es seit Jahren unser Anliegen und auch mein ganz persönliches Anliegen im Rahmen unserer Möglichkeit, einen solchen Dialog auch hier im Tibetischen Zentrum zu initiieren. Und deshalb bin ich ganz besonders froh, dass es uns gelungen ist, Jay Garfield hierher einzuladen. Natürlich studieren wir hier auch mit einem anderen Ziel als der Universität. Die Menschen, die zu uns kommen, sie wissen, dass, wenn sie zu uns kommen, haben sie nicht hauptsächlich das Interesse, Wissen vermittelt zu bekommen, sondern es geht ihnen darum, etwas für ihr Leben zu lernen, sich positiv zu entwickeln. Und da bedarf es dann auch der Mittel der Geistesschulung, der Anwendung der Geistesschulung, etwa der Meditation. Aber wir lernen immer wieder, auch in unserer Tradition, dass Meditation ohne nötiges Wissen nicht zum gewünschten Ziel führen kann. Also die Wissensvermittlung ist auch letztlich kein Ziel in sich selbst, sondern dient dazu, die Voraussetzungen für eine gesunde und stabile Entwicklung in der Meditation zu schaffen. Und was nun den Erwerb des nötigen Wissens anbetrifft, da spielt der Dialog eine sehr große Rolle. Sie wissen, dass zum Beispiel in der tibetischen Tradition die Debatte eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass auch in unserem systematischen Studium der Erfolg sicher darauf zurückzuführen ist, dass ein Schwerpunkt auf den Diskussionsrunden liegt, auf dem Dialog liegt. Und das beinhaltet jetzt auch natürlich den Dialog mit der Kultur, in der wir hier leben, mit den Philosophien, mit den Weltanschauungen, mit denen wir hier aufgewachsen sind. Und Dialog ist wichtig und ist hilfreich, um die Dinge von verschiedenen Seiten zu sehen und natürlich auch, um sich im Kontrast mit anderen Positionen selbst zu positionieren, eigene Positionen in Frage zu stellen oder zu erweitern. Und so wie ich Jay Garfield kenne, ist es genau auch sein Anliegen. Ich habe ihn mal gefragt, mit seinen vielen Programmen bewegt er sich so in so vielen Welten, verschiedenen Welten, verschiedenen Philosophien. Und er gab zur Antwort, ja genau ist das, so ist das. Und ich versuche mich immer in so vielen Welten zu bewegen, wie es mir möglich ist. Und offenbar die paar Tage, die ich jetzt hier mit ihm zusammen sein konnte, hat ihm das persönlich nicht geschadet. Denn bei all seinem Wissen, was auch besonders bei ihm hervortritt, ist einfach seine wunderbare Persönlichkeit. Und ja, wir fragen uns ja vielleicht manchmal auch, wenn wir einen solchen Dialog wagen, wird dadurch nicht unsere eigene Position, vielleicht unsere eigene Tradition in Frage gestellt. Und trägt es sich eher dazu bei, dass wir unsere Stabilität verlieren, dass wir unseren Weg verlieren. Aber ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Und obwohl ich von westlicher Philosophie so gut wie keine Ahnung habe, sei es mir doch erlaubt, ein Zitat, das berühmte Zitat unseres großen Philosophen Immanuel Kant, wiederzugeben auf die Frage, was ist Aufklärung. Und sagte er, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Und die Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und sapere audo, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, heißt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und ja, ich erinnere mich in dem Zusammenhang an ein Zitat des Buddhas, was immer wieder gegeben wird von den tibetischen Lamas. Das heißt, der Buddha sagte, so wie ein Goldschmied, das Gold, das er verarbeiten will, nicht einfach verarbeitet, ohne es gründlich geprüft zu haben, sondern erst dann, wenn er es durch Reiben und Schneiden und Anbrennen als wertvoll geprüft hat und erkannt hat, so sollen auch die Weisen und die Übenden meine Worte nicht annehmen, um mir Respekt zu erweisen, sondern nachdem sie sie aufgrund gründlicher Prüfung als wertvoll erkannt haben. Und so ist es auch in der buddhistischen Tradition immer ein wichtiger Aspekt gewesen, den Dialog mit anderen Philosophien, mit anderen Religionen, mit anderen Traditionen zu suchen. Und dadurch sind sicher auch die buddhistischen Traditionen sehr weit entwickelt worden. Und ja, in diesem Sinne bin ich überzeugt, dass wir alle einen sehr fruchtbaren Dialog erleben werden in den nächsten Tagen, in denen Jay Garfield hier Vorträge hält und ein Seminar hält. Zu Jays Person und was er alles macht, ist also eine ewig lange Liste. Ich möchte die nicht alle im Einzelnen ausführen. Er ist Professor am Smith College in Northampton. Das ist übrigens eine Universität für ausschließlich weibliche Studenten. Ich habe aber gehört, die Lehrer sind halb-halb, halb weiblich, halb männlich. Also nicht sie selber, sondern die Lehrerschaft. Außerdem unterrichtet er ja noch in Melbourne. Das ist übrigens nicht in den USA, sondern in Australien. Und zwar gleichzeitig sozusagen schafft er es, offenbar an verschiedenen Orten zu sein. Und auch er ist regelmäßig in Indien in Saunat, in der tibetischen Universität in Saunat bei Varanasi, um dort tibetischen Mönchen, tibetischen Studenten westliche Philosophie zu unterrichten. Und sie sind gerade dabei, auch ein Buch zu schreiben auf tibetisch, das westliche Philosophie auf tibetisch den tibetischen Mönchstudenten vermittelt. J. Garfield hat auch ein wichtiges Werk vollbracht, nämlich die sehr schwierigen Verse von Nagarjunas Mula-Majamaka-Karikas ins Englische übersetzt. Das ist ein ganz wesentlicher Kommentar in der tibetischen Tradition von Tsongkapa. Das ist ein Werk, das hat ungefähr so an die 700, 800 Seiten im Englischen. Wir haben dazu hier einen Lektürekurs. Ich habe die Ehre, den leiten zu dürfen. Und das ist, ich kann sagen, sicher eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben bisher gewesen. Ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei, diesen Text zu lesen mit dieser englischen Übersetzung und dem wunderbaren Kommentar von Tsongkapa dazu. Und jetzt nach drei Jahren etwa sind wir etwa bei der Hälfte angekommen. Also und ich bin froh, dass es so lange dauert, muss ich sagen. Und also auch in dem Sinne, J. ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Arbeit, die uns diesen Kurs und vielen von uns auch eine weitere persönliche Einsicht und Entwicklung ermöglicht. So, jetzt höre ich aber auf und möchte das Wort an J. geben. Vielen Dank. Wir beginnen mit der Ehrfurcht an Buddha, Dharma und Sangha und danken für die überaus liebenswürdigen Einführungsworte, die Christenteils aus Lügen bestanden. Aber trotzdem, vielen Dank. Und let me thank all of you for coming tonight, a night that is extraordinarily important for you as well as for me, to hear trivial things in between the important events of the world. Vielen Dank, dass ihr heute da seid während dieser ganz, ganz wichtigen Ereignisse, die heute in der Welt stattfinden. Heute Abend bin ich gebeten worden über etwas zu sprechen, von dem ich keine Ahnung habe, was für Philosophen immer sehr gut ist. So, I'll apologize for the fact that I will speak in English and I feel really bad that I'm coming here and I can't speak German, but this is one of my limitations. But I thank Felix for agreeing to the painful task of translating for me. Es tut mir furchtbar leid, dass ich auf Englisch sprechen muss, aber es gehört zu einer meiner Begrenzungen und ich hoffe, ich habe dafür Verständnis, dass es übersetzt wird von Felix. Now, as Christoph mentioned in his introduction, those of us who are involved with Tibetan Buddhism in places like Germany or the United States are, whether we wish to or not, involved in this process of an interaction between two cultures. Die, die, wie Christoph gesagt hat, wie ich oder wie ihr, tibetischen Buddhismus in Deutschland oder den USA praktizieren, sind unweigerlich in diesem Prozess der Kommunikation, der Interaktion mit einer anderen Kultur hineingezogen. Two and a half centuries ago in the West, a great western philosopher, Socrates, urged that the most important thing for us to do is to know ourselves. And that's an admonition that, of course, we encounter in the Buddhist tradition as well. To know the nature of our own minds, to know the nature of the self, and to know the nature of the phenomena around us, is the fundamental prerequisite to cutting off the root of cyclic existence. So wie Socrates schon vor vielen Jahrhunderten sagte, kenne dich selbst, so sagt auch der Buddha, kenne die Natur deines Geistes, kenne dich selbst, kenne deine Gedanken. So even though this might seem like a kind of mundane and secular phenomenon, that is trying to understand the history and the sociology of the transmission of Buddhism to the West, Because we are so intimately involved with it, understanding it is necessary for understanding ourselves, and understanding ourselves is necessary for liberation, And so sometimes we have to pay attention to mundane, secular phenomena around us. Tonight will be one of those nights. Obwohl es sich also um ein weltliches Phänomen handelt, die hart wie der Buddhismus in den Westen gekommen ist, ein soziologisches und psychologisches Phänomen handelt, Müssen wir uns diesem trotzdem widmen, denn wir sind darin einbezogen, und es gehört zum Verständnis unserer selbst, dass wir auch das verstehen. Also wollen wir uns heute Abend mit diesem weltlichen Thema beschäftigen. Buddhism has always been, from the very beginning, a missionary religion, something that people aren't always explicitly aware of when they enter the Buddhist world, but it's always been an important part of the tradition. When missionaries went out from Sanchi to spread Buddhism throughout India, Missionaries went out as well to Sri Lanka, off to China, to Indonesia, and of course eventually to Tibet, Korea, and Japan. And Buddhism was spread through Asia, not by accident, not by magic, but by deliberate missionary activity. In Buddhismus spielt auch das Missionären eine große Rolle. So ging es von Sanchi aus nach India, Sri Lanka, China, Indien, Tibet, Korea, Japan. Und dass es sich in ganz Asien verbreitet hat, ist kein Zufall, sondern es ist eine willentliche Entscheidung gewesen, das so zu vollziehen. In every one of these transmissions within Asia, Buddhism has transformed the cultures that it has invaded, and has also, this is important to remember, been transformed by the cultures that have adopted. In these verschiedenen Längen haben sich verschiedene Traditionen und Übertragungslinien entwickelt, und in jeder Kultur, in die sie hineingekommen sind, haben sie sowohl die Kultur verändert, als auch das Buddhismus selber verwandelt worden ist im Verlauf dieses Prozesses. So, to take some small examples, when we examine Buddhism's entry into China, we see that Chinese society, Chinese philosophy, including philosophical systems of Taoism and Confucianism, become deeply inflected by Buddhist ideas. We see the growth of Buddhist monasteries, changing some of the economic and social organizations of China. And we see the debates between Buddhists and Taoists, as developing the Taoist and the Confucian tradition, in ways other than they would have been otherwise. When we examine the import of Buddhism into Tibet, we also see, of course, that Tibetan society was transformed beyond recognition, from its pre-buddhist nature to its buddhist nature. But it's also, of course, in structure, to examine the way Buddhism itself was articulated and developed in China and the way it was articulated and developed in Tibet. The schools of Buddhism that developed in China, the Huayen tradition, the Chan tradition, the Tiantai tradition, look very different textually, doctrinally, in the forms of practice that are developed from those that are developed in Tibet. And very often, when Chinese practitioners, for instance, look at Tibet, they scratch their head and say, and that's Buddhism. And I once had a wonderful experience with a very close Tibetan colleague when we were teaching together in a Zen center. And after about two days, we were in the Zen Do, and he leaned over to me during the liturgy and whispered, please explain to me again, Jaila, why do they call this Buddhism? Also, when we then see, that also the Buddhism is very in its way, in its way to practice to be practiced, how the texts are, the art of the Hingabe, the whole Buddhist doctrine, very different is, when he comes to China and there was in the Han tradition, in the Chan tradition, and in the Than, and the Chantan tradition, has been changed. And if you look back to Tibet, then you can almost never see it again, so that some Chinese people, who practice Buddhism in China, say, that what the Tibetans do should be Buddhism. And also that I've experienced it myself, as I was in a Zen Do and the liturgy recited, there was a man to me and said, explain to me again why this should be Buddhism. And even though, you know, we find in various traditions, not only the Tibetan tradition, but I'll take that as our example, because that's one in which we're all familiar, we hear people talking about preserving the stainless Nalanda tradition, unchanged and pure through the centuries. We know as Buddhists, that nothing gets preserved, unchanged and pure, even from moment to moment. So that rhetoric and that rhetoric of authenticity has to be subjected to a certain amount of critique. Also ich nehme das Tibetische als Beispiel, denn wir kennen die Tradition sehr gut. Wir hören ja immer wieder, dass die vollkommene Tradition Nalandas geschützt werden muss und erhalten werden muss und nicht abgeändert werden sollte und wissen doch als Buddhisten, dass es nichts gibt, was sich nicht von Moment zu Moment verändert. Deswegen wird auch das nicht so erhalten bleiben und muss einer gewissen Kritik ausgesetzt werden. Sometimes that is, you really have to be a heretic in order to be authentic and orthodox. Das bedeutet, manchmal muss man ein bisschen ein heretiker sein, ein revolutionär, um authentisch zu sein und auch um orthodox sein zu können. And so part of what I want to do is we examine what happens when Buddhism moves into the West is to make sure you have this kind of idea in the background that the transmission of Buddhism to the West is in one sense completely continuous with what's happened throughout the history of Buddhism. That Buddhism has entered cultures, transformed those cultures, and been transformed by them. And that when we look at the multiple lineages of Buddhism in Asia, we do not want to be asking the narrow parochial question, which one is authentic? Rather, we want to ask ourselves, in which ways has Buddhism developed productively in all of these different directions? That's a sign of the living vitality of the Buddhist tradition, not of its weakness. Just as when you have a plant, if you don't expect that the whole plant is going to look just like the roots, you hope that on each branch new flowers are going to develop and you don't see the diversity of form as a sign of ill health, but a sign of good health. Therefore, when we think about how the Buddhism is in the West, we should always have this whole picture or have the whole picture or have the back of mind, that it is a the Fortsetzung of a process that has not changed that has been changed that has been over the Jahrhundered and a Fortsetzung of the process that the Buddhism has been in other cultures and in other countries has gone, that has been transformed and has been transformed and has been transformed. We should also never have this enge question if we don't have the vast majority of the asian tradition to look at which is the authentic Buddhism? We should rather ask how is it possible that the Buddhism has been so in the way so many developed that he has a living vitality and has with a plant that is a sign of health and strength that their plants, their seeds and their flowers not like the fruits but in their variety and others entfaltet have and I say this emphasize this only because very often when we are aware of the ways in which Buddhism transforms Western culture people smile and nod and are happy to see this transformation and to see a kind of improvement in Western culture but then when they see respects in which Buddhist practice or Buddhist ideas themselves develop or evolve or transform in interaction with Western culture they become afraid and they say oh my gosh it's no longer authentic it's no longer pure it's no longer real Buddhism something's happened to it and that is a reaction that I really want you to put aside because that's been happening to Buddhism from the moment the Buddha gained awakening at Bodhgaya Buddhism has been transforming because fundamentally all compounded things are impermanent and Buddhism is a compounded phenomenon when we die Menschen fragen die Buddhismus praktizieren sehen wir immer dass sie sehr glücklich darüber sind dass Buddhismus die westliche Gesellschaft verändert hat aber wenn wir dann auch sehen dass die Praxis des Buddhismus selber verwandelt wird dann schrecken sie oft zurück und fragen wo ist dann die reine authentische Tradition was passiert denn da dass Buddhismus sich ändert diese Reaktion möchte ich euch bitten einen Augenblick zur Seite zu legen denn es ist seit dem Moment seitdem Buddha Erleuchtung erlangt hat so dass wie alle Phänomene die zusammengesetzt sind einer ständigen Wandlung ausgesetzt sind auch der Buddhismus sich wandelt denn er ist ein zusammengesetztes Phänomen Nachdem wir also diese Anfangsbemerkung gemacht haben, um uns ein bisschen zu warnen, nicht so zu reagieren, möchte ich den Vorgang von der Transformation durch die chinesische und tibetische Tradition anschauen, um sie dann mit dem, was hier im Westen passiert, vergleichen zu können, um das Gemeinsame zu sehen und die Unterschiede wahrzunehmen. In doing this, I will necessarily be guilty of a bit of caricature and overstatement, because I want to draw big cardboard cutout characters that will be clearly distinct, and all of the historical details and footnotes to make them accurate, I leave to you as an exercise to fill in over the next few decades of your life. Und damit ich diese Charakteristik herausarbeiten kann, werde ich etwas übertreiben und etwas vielleicht sogar Karikaturales sagen, aber das ist, damit wir ein klares Bild bekommen. Das heißt nicht, dass ihr nicht die nächsten Jahrzehnte damit verbringen könnt, die historische Korrektheit mit allen Fußnoten genau auszufüllen. So, here is a big difference between the two transmissions. When Buddhism came to Tibet, Buddhism came to a country that had no written language, very little political unity, a religious tradition that was only really practiced by a very few people, and most people really did not have any religious practice at all, no written philosophical tradition. So, while it would be an exaggeration to say that Tibet was a tabula rasa for Buddhism, it wouldn't be too much of an exaggeration. As His Holiness the Dalai Lama sometimes puts it, he says, when we Tibetans decided that we needed a civilization, we decided we needed three things. We needed a religion, we needed clothes, and we needed food. We looked at China, they had the best food, so we took that. We looked to Mongolia, they had the best clothes, we took those. And we looked south to India, and they had the best religion, so we took that. Als der Buddhismus nach Tibet kam, gab es dort weder eine schriftliche Sprache, noch viel politische Einheit. Ganz wenige praktizierten nur Religion, und es gab keine schriftliche Philosophie. So ist es keine große Übertreibung, das als tabula rasa zu bezeichnen. Und seine Heiligkeit sagt scherzend, Und als wir damals schauten, was wir brauchten, um uns zu zivilisieren, sagten wir, dass wir Religion, Kleider und Essen brauchten. Wir sahen, dass das beste Essen in China war, importierten es, sahen die besten Kleider kamen aus Mongolien, importierten sie, und die beste Religion wurde in Indien praktiziert. Deswegen haben wir die Religion aus Indien importiert. Und so, Tibet deliberately adopted a high medieval version of Indian Buddhism, in particular the tradition developed in Nalanda University, and deliberately set itself about the task of replicating that very tradition, and perpetuating and preserving it, creating the strangest museum culture that the world has ever seen. a culture developed to preserving a moment in 10th, 11th century indian culture forever, and did a remarkably good job. Und so wurde bewusst entschieden, einen ganz bestimmten Zustand des Buddhismus, nämlich aus dem 10. und 11. Jahrhundert, aus Indien, zu importieren, die Tradition Nalandas, und diese nach Tibet zu bringen, sie dort zu übersetzen und sie zu konservieren, sodass daraus das größte Museum einer Religion geworden ist, die versucht hat, einen einzigen Augenblick festzuhalten, und man muss sagen, sie haben einen verdammt guten Job gemacht. Und dafür müssen wir wirklich sehr viel Dank aussprechen, und den Tibetern dankbar sein. But in China, the situation was very different. When Buddhism came to China, China was already a very old civilization, with a written language, a well-organized government system, an educational system, with two well-established philosophical and religious traditions, the Confucian and Taoist traditions, sophisticated literature, poetry, art. So we had here a very highly developed, highly literate civilization, and Buddhism came from outside as missionaries. In China war die Situation ganz anders, als der Buddhismus hinkam. Es war eine alte Zivilisation, mit einer schriftlichen Sprache, einem sehr gut organisierten Erziehungs- und politischen System, mit zwei philosophisch-religiösen Systemen, Confucianismus und Taoismus, und einer großen Tradition von Literatur, von Poesie und von Kunst. Es ist insgesamt eine hochzivilisierte Gesellschaft, in die, die der Buddhismus als Missionare hinzukamen. Und wenn Buddhism came to China, most people, most literate, sophisticated people in China, thought that Buddhism was weird, crazy, possibly dangerous, and at least barbarian. Die meisten Zivilisierten in China dachten, Buddhismus ist wirklich was Verrücktes, es ist gefährlich, und es ist ein bisschen merkwürdig, aber zumindest ist es primitiv. And so the penetration of Buddhism into China was slow, deliberate, and Buddhism was first adopted by what we might call middle class, or elite people in China, who were attracted to the unusual language, and were interested in the philology, and the texts, and gradually developed an interest in Buddhist practice. And of course Buddhism penetrated China very thoroughly over time, but it was a gradual and partial penetration. China never became entirely Buddhist. Buddhism always lived alongside the Confucian and Taoist traditions, and it proliferated in a number of different schools. Deswegen war das Eindringen des Buddhismus in die chinesische Gesellschaft sehr langsam. Sie wurde erst durch die Mittelklasse und intellektuell interessierte Menschen eingeführt, die diese besondere Sprache interessant finden, also Philologen, und dann erst im Laufe der Zeit langsam sich auch für die Praxis interessierten. Diese vertieften und Traditionen ausbildeten, die aber immer nur an der Seite des Konfuzianismus und des Taoismus standen, so dass China niemals ein vollständig buddhistisches Land geworden ist. And there's a further difference that we might note. When Buddhism came to Tibet, the Tibetan language was basically reconfigured and reinvented in order to translate Sanskrit and became a highly sanskritized language as a vehicle for translation. Because there was no philosophical vocabulary in Tibetan when Buddhism came to Tibet. But when Buddhism came to China, Classical Chinese was a highly developed and very subtle philosophical language with an extraordinary vocabulary for expressing philosophical ideas. And when Buddhism came to Tibet, there were very few but canonical and systematic translations of Buddhist texts into Tibetan. When Buddhism came to China, whoever wanted to picked up Sanskrit texts and translated them in their own way using the philosophical language of Taoism and Confucianism to do that and so creating texts, translations that often differ dramatically from one another and using language that already has a range of philosophical meanings that go far beyond the Buddhist meanings. Die Tibeter übersetzten, da sie selber keine große philosophische Sprache hatten, nur wenige Texte, aber diese ganz systematisch und bewusst und sie entwickelten eine neue Sprache. Sie schufen die tibetische Sprache mit einem besonderen Vokabular, das man als sehr sanskrit-orientiert bezeichnen könnte. Das war in China ganz anders. Dort gab es bereits eine sehr subtile Sprache mit einem unglaublichen Vokabular, um subtilste philosophische Gedanken auszudrücken. Dort wurden beliebige Texte übersetzt, also jeder, der wollte, konnte da einen Text übersetzen, hat auch sein eigenes Vokabular benutzt und griff größtenteils auf schon sehr reich belastetes Vokabular aus der chinesischen Tradition zurück. Now, I find this contrast instructive because when we think about the nature of the transmission of Buddhism to the West and we look for past models, the model is not Tibet. When Buddhism comes to the West, it's come to a tradition, come to a culture that is already literate, that already has political institutions and religious institutions and sophisticated philosophy and art and literature and ideas. and Buddhism comes as a strange new import. Some people find it weird, some people find it dangerous and some people even find it barbarian. We should imagine ourselves in the very state that China was in when Buddhism first came to China. Also, wenn wir in der Geschichte nach einem Modell suchen, an dem wir uns orientieren können, um den Vorgang des Buddhismus, der in den Westen kommt, zu verstehen, sollten wir nicht nach Tibet schauen, sondern nach China. Denn der Westen hat auch eine, bereits eine Sprache, hat politische Institutionen, religiöse Institutionen, ein sehr feines, sophisticated Vokabular um Gedichte, um Kunst, um philosophische Ideen auszudrücken. Und so kommt der Buddhismus hierher als etwas Fremdes, als etwas Gewöhnungsbedürftiges, als etwas vielleicht Beängstigendes und sicherlich für viele auch als etwas Barbarisches. Und so for that reason, just as in China, we find the development of a number of very different Buddhist systems of translation, systems of practice, systems of philosophy, each of them inflected by antecedent Chinese ideas. We should expect, as we see Buddhism develop in the West, that it will penetrate slowly, that it will penetrate in many diverse forms, with many different translational ideas, inflected in very important ways by different ideas from the West. And just as Buddhism is alive and well and thriving in China, Korea, and Japan, because it draws nourishment, not only from its Indian roots, but from its East Asian rain and fertilizers, it's going to be alive and well in the West for years to come, because it draws nourishment not only from its Indian roots, but from the rain and fertility of Western ideas, and that needs to be a cause for celebration, not for anxiety. as we go forward. We see, that also in China different practices, different translations were in China with the ideas and with the vocabulary of the Chinese tradition. And so we have to go here in the West from the West that there are different translations, different translations, that it will be slow, that it will be very diverse. that it will be very diverse. That it will be very diverse. der buddhistischen Praxis nicht nur aus den indischen Wurzeln kommen wird, sondern aus dem Regen und dem Dünger unserer eigenen Kultur. Das war ein ganzes Wurzeln. Wir haben bisher die Ähnlichkeiten des Vorgangs der Buddhismus, der nach China kam, mit dem Buddhismus, der in den Westen kam, gesehen, aber es gibt auch einen wichtigen Unterschied, den ich noch tiefer erläutern möchte. Aber in groben Zügen geht es darum, dass es in Asien damals kein Feedback, keine Rückwirkung auf den Buddhismus, auf die Wurzeln, woher er kam, gegeben hat. China hat sich nicht, die Rezeption in China hat sich nicht in Indien ausgewirkt. Japans Buddhismus hat sich nicht in Sri Lanka ausgewirkt und Sri Lanka hat sich nicht in Indien ausgewirkt. Es war eine Einbahnstraße. Das ist dieses Mal ganz anders. Wenn der Buddhismus in den Westen kommt, ist das im Rahmen der Globalisierung, der Entwicklung Asiens. Und genauso können wir sagen, dass der Buddhismus sich widerspiegelt und zurückwirkt auf die Traditionen, aus den Wurzeln, aus denen er kommt. Und auf diesen Punkt werde ich noch tiefer eingehen. Und da ist ein zweit, major difference zwischen den Transmissionsen von Buddhism classisch in Asia und der Transmissionen von Buddhism to the West. Because classisch in Asia, wir typically sahen die Transmissionen von einem einzelnen Lineage oder einem einzelnen Traditionen von einem Platz zu einem anderen. Nalanda went zu Tibet. Die Chan tradition kommt zu South India. Die Tentai tradition kommt zu South China. Die TerraVod tradition kommt zu Sri Lanka und zu Thailand. Aber wenn wir die Transmissionen von tun, zu den Westen sehen, wir sehen, dass die Transmissions von Tentai traditionen von Tentai traditionen von Thai tradition in Thailand, of multiple Tibetan lineages all coming in at once often to the same places even to Hamburg, they're all present here and so we see practitioners picking up not a single tradition or a single lineage but a long list of practices and ideas and texts from different lineages and so we're going to see the effect of this multiple simultaneous transmission on the shape of Western Buddhism and on the shape of Asian Buddhism as a consequence Ein weiterer Unterschied hier im Westen gegenüber dem in Asien ist dass in allen Fällen in der Geschichte eine einzige Tradition vermittelt wurde der Nalanda Buddhismus kam nach Tibet, der Chan Buddhismus nach Süden Chinas, Theravada kam nach Sri Lanka und Thailand aber im Westen ist es anders hier kommt gleichzeitig der Theravada Buddhismus Zen Buddhismus und ganz viele verschiedene tibetische Traditionen alle kommen sie gleichzeitig oft an denselben Ort wie zum Beispiel in Hamburg sodass es Praktizierende gibt die aus vielen Traditionen einzelne Praxis Praktiken entnehmen können und das hat einen ganz bestimmten Effekt auf ihre Praxis und es hat wieder einen Rückkopplungseffekt auf die Tradition selber Und es gibt noch einen großen Unterschied der das Ganze noch komplexer macht In der Geschichte wurde Buddhismus immer mit Modernisierung in Verbindung gebracht Und so I think the founding moment of all of this this is again a bit of a caricature and all the historical footnotes are left to Felix to work out later but the founding moment is the strange American Henry Steele Alcock's arrival in Sri Lanka and discovering that the Buddhism that he found in Sri Lanka was the most modern version of a secular religion possible Well, I don't know if I got it Also, should I repeat? I try Okay Then they tell me Also, im Ursprung Es ging darum dass diese Komplexität nicht unbedingt mit Fortschritt verbunden ist aber wir können sagen dass als der Buddhismus zum Beispiel in die Vereinigten Staaten kam und jetzt um das mal plakativ auszudrücken Henry Steele Alcock Alcock Okay Henry Steele Alcock kam nach Sri Lanka und sah dort dass die Tradition absolut modern war dass die tibetische Tradition die buddhistische Tradition lebendig und modern war Alcock noticed there's no God there's an emphasis on reason people are studying and debating and he said well, this is just wonderful now we have a religion that combines all of the elements of modernity with religious practice I've got to champion this Alcock hat gesehen da gibt es ja nun eine Religion ohne Gott da gibt es Menschen die sich auf ihren Verstand verlassen die studieren und die debattieren das ist wirklich alle Ingredienzien die wir für einen Fortschritt brauchen da muss ich da jetzt mich auch drin rein vertiefen But now things of course get interesting because what you might expect is that Alcock then just comes back to America and begins to champion Buddhism but before he does that he does what every Buddhist teacher must do first nun könnte man denken Alcock nun könnte man denken ich wollte die Pointe erst nun könnte man denken Alcock kommt einfach zurück in die Vereinigten Staaten und verbreitet dort diese neue Religion aber dem war nicht so denn wie alle buddhistischen Schüler und alle buddhistischen Lehrer müssen sie vorher etwas ganz bestimmtes erfüllen he finds a disciple er muss nämlich erst einen Schüler haben and the disciple he finds is Anagarika Dharmapala so when we and this narrative is just is terribly important because often you know if we go to India or we go to Sri Lanka to the Mahabodhi Society and we get the we get the biography of Anagarika Dharmapala we have the biography of this guy who just suddenly realizes that he has to propagate Buddhism and restore the holy sites in India and so forth and Henry Steele Alcott gets written out of this but if we look at the actual history and the biography it's Henry Steele Alcott who convinces the young Anagarika Dharmapala A. that Buddhism is really cool and that he shouldn't become a Christian and B. that it's his job to take the mission to take modernity through Buddhism into Asia and so Henry Steele so Anagarika Dharmapala sets his mission to modernize Buddhist practice in Sri Lanka and Asia by suddenly having discovered that Buddhism isn't ancient Buddhism is modern and so the inflection of Buddhism by modernity in Asia begins at exactly the same time that Buddhism gets transmitted to the West that's a really important thing to bear in mind and so has also Alcott Anagarika Dharmapala as the first scholar and überzeugt him not Christ to become but Buddhist to become and he He does not Buddhism as an old tradition and then to pilgrim to the old places to look at but as modern to look at and the asianic tradition to move on and to to move on and to all that finds at the same time while the Buddhism came to the West That's a very important point that we have to think about And so Western Buddhism and Western inflected Asian Buddhism are born at the same time and they're born in the same interaction and that birth gives rise to a history of Asian Buddhism adopting Western ideas in the course of its confrontation with modernity and Western Buddhism and the West adopting Buddhist ideas as at the same time and this is that deep tension that runs through what all of us do at the same time ancient wisdom tried and true and passed down through an infallible lineage and completely modern And that is the special the 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 now of course there is a ton of detail to fill in here and that would require us to talk about each of the many transmissions of Buddhism to the West and that would take us a long time and we would mismatch and so we're not going to do that but what we're going to do is to sketch a big picture because this transmission of Buddhism to the West and this concomitant transmission of the West and of the Western ideas into Buddhist cultures becomes accelerated in the 20th century by the phenomenon of globalization and by the diaspora of Asian Buddhist communities in the West we could now this phenomenon with many details and every tradition came in the West and any west ideas come in the but then we would that football play so I would just a big picture and that is the Gleichzeitigkeit with the West ideas in the buddhistian worlds and this phenomenon that the buddhistian values that came in the West and were connected with the diaspora also the invasion of Asian people in the West and the process of globalization and so now what I want to do is to simply review some of the important ways in which Western ideas have inflected Buddhism not only in the West but also in Asian cultures and in ways that they continue to do so and as I talk about these I don't want you to hear this as pollution of the stainless Nalanda tradition but rather as the kind of development and flourishing of Buddhism that has made Buddhism a vital tradition over the past two and a half millennia Schauen wir uns jetzt den Aspekt an wie der Westen seine Werte in asiatische und in buddhistische Länder gebracht hat und sie beeinflusst hat und möchte dabei dass wir das nicht als eine Verunreinigung der reinen Tradition betrachten sondern als eine Entwicklung eine natürliche vitale blühende Entwicklung des Buddhismus die auch so in früheren Zeiten statt gefunden hat und ihn bis zur heutigen Zeit lebendig hat bleiben lassen so let's consider the socially engaged buddhist movement which arose initially in southeast Asia through the work of people like not only Thich Nhat Hanh but Achant Suh Lakshivarak this tradition is a very new tradition and it's a tradition of buddhist organizations engaged in social service in the development of schools of hospitals of social welfare agencies of hospice care and so forth this is a feature of buddhist activity that many of us in the west smile about and we think gee this is a natural outgrowth of teachings of compassion that have been present from the Buddha in the buddhist teachings for 2500 years but if we think that we have a difficult question to ask ourselves betrachten wir den aspekt des sozialen engagements der sich besonders in Südostasien entwickelt hat mit Thich Natan und Shivaran ein Buddhismus des Dienens neue Schulen zu bauen Krankenhauser Wohltätigkeit Institution Hospiz und anderes wir lächeln manchmal darüber und denken ergeben müsste aber dann verstehen wir etwas Wichtiges nicht Das ist nämlich die Frage wieso wenn das ein natürliches Ergebnis des Mitgefühls ist hat das mehrere Jahrtausend gebraucht bevor es passierte Und of course es complicated answers to that but the real answer to why it did finally emerge has to do with the fact that the scholars we're talking about interacted with Christian and Catholic missionaries who were involved in this kind of activity and began to see that a religious organization could indeed be involved in mundane social welfare activities and that this was a good thing it was an inflection by that brought about the socially engaged Buddhist movement and statt sich jetzt zu fragen wie es sein konnte dass das so viele Jahrtausende gedauert hat sollten wir schauen wie war es denn letztendlich möglich und das war durch den Kontakt der Buddhisten in Südostasien mit christlichen und katholischen Missionaren und Traditionen die gesehen haben dass man Religion praktizieren konnte und sich gleichzeitig in der Welt engagieren und nicht nur das sondern dass das eine gute Sache war und so ist es möglich geworden dass westliche Werte sich auch in asiatischen Kulturen verbreiten konnten Eco-Buddhism is another wonderful example and again I would turn to Thailand as one of the most wonderful examples where we have the institution of ordination of trees as ways of protecting forests and ordination now of waterways and other natural phenomena in a metaphorical sense of course but the idea that Buddhism is ecological and of course His Holiness the Dalai Lama and His Holiness the Karmapa have also emphasized that teachings of interdependence as well as compassion make an ecological sensibility imperative and so it would be easy to say yes these teachers His Holiness the Dalai Lama His Holiness the Karmapa bring this teaching of ecology to us but ask the question where did they get the teaching of ecology and it was not from the Shalastamba Sutra and it was not from the Vajra Sutra and it was not from the Western ecology movement it was from the Greens and so this is another way in which Buddhism has been enriched and inflected by Western ideas this is not a bad thing betrachten wir den Öko-Buddhismus in besonders in Thailand werden Bäume eingeweiht werden ordiniert Wasserstraßen werden ordiniert natürlich in einem metaphorischen Sinn aber sowohl seine Heiligkeit Dalai Lama als auch Kamapa betonen dass sowohl Mitgefühl als auch das Phänomen des Abhängigen Entstehens ein ökologisches Bewusstsein und eine ökologische Sensibilität notwendig machen aber woher haben sie das das haben sie nicht in den ganzen Sutras gefunden sondern das ist der Einfluss der westlichen Öko-Bewegung der jetzt den Buddhismus bereichert hat und enriched and what did I say this 100% dass die volle Ordinerung von Nonnen wieder stattgefunden hat von Sakya Dita und an anderen in Taiwan besonders dass inzwischen die Sangha aus 70 bis 80 Prozent Nonnen besteht und die Frauen gemerkt haben dass sie ihr Leben dadurch bereichern können das ist im Verlauf der Globalisierung bekommen und der Ursprung den Impuls dazu das hat die westliche Frauen Bewegung gegeben there is another kind of intra Buddhist phenomenon that derives from the western transmission that is less appreciated sometimes but I think is again one of the more interesting phenomena and has a weird resonance in the life of Henry Steele Alcott so I'm going to come back to the strangest thing that Henry Steele Alcott did and that's saying something because he did a lot of strange things the strangest thing Henry Alcott did was he decided that Buddhism needed a flag and Henry Steele Alcott designed this Buddhist flag okay this is something again in Asia you ask people where did this flag come about it's been there from the time of the Buddha right forget it it was designed by an American who decided that if you're a real religion you need a flag and a little but very nice and a interesting thing Alcott was the thought that when it Buddhismus needed you need a flag and we believe that a flag that its origin had many years no it is an American who so much difference between Japanese Buddhism Korean Buddhism Tibetan Buddhism Sri Lankan Buddhism if only they had the same flag people would know that it was the same thing yeah could man natürlich nur als einen Punkt betrachten zum lachen aber es hat tatsächlich auch eine Bewandtnis damit denn Alcott war der Meinung dass unter einer Flagge die ganzen verschiedenen asiatischen Traditionen erkennen könnten dass es sich um eine und dieselbe Sache handelt Asia now one of the consequences of the multiple simultaneous transmission of Buddhist traditions to the west is that in the west zen practitioners started talking to Tibetan lamas who started talking to goenka meditators who also started talking to korean zen practitioners and then sometimes we bring in a couple of theravada monks into the conversation and all of a sudden sitting around the table someplace in hamburger in Chicago you got people with you know red robes gray robes yellow robes and brown robes all talking about ideas together and then you see back in India Tibetans going on goenka retreats or sitting in zen meditation or you see in Japan Tibetan lamas giving Mahamudra instruction in zendos or you see in New Mexico you know some white guy and a Tibetan teaching together in a Japanese zendo right and so all of a sudden you start seeing this interaction of Buddhists in the West who in Asia would have said I'm a practitioner of this lineage that's not actually Buddhism all of a sudden saying see that flag same flag all around here must be somehow the same Buddha Dharma and manchmal scheint that the Geschichte also not quite by Verstand is and that makes because when we look at this look at the variety of that have the West come to have that they meet the different traditions with one one meet a Zen Buddhist speaks with a Tibetan Lama Theravada Mönch with Zen Buddhisten and with Mal sit on one Tag rote grüne blaue gelbe lila kleider and what to do this in this congress to that in Indien where one said I practice Buddhism and that other is not Buddhism or in Asien there a meeting happens in a Tibetan in Zen Dojo or in Japan a Mahamud or in New Mexico and a Tibetan with a Tibetan together That means this interaction in West between the variety traditions has to a different view under the common flag and a different relationship in Asien itself And if you were to ask me what the most profound effect of the transmission of Buddhism to the West has been on Buddhism it would be this one it would be the fact that Buddhists in different traditions are learning from each other because the insights that are available in the Tibetan tradition are often needed by people in the Zen tradition but the insights people in the Zen tradition are often equally needed by people in the Tibetan tradition and across the Buddhist traditions people have been doing good work in Buddhism in every one of these lineages but they've been hermetically sealed from one another for a long time and it's been this reflection through the West that's broken down those walls you would ask what was the big effect of the transformation of Buddhism in West then I would say that these different traditions have met and each meet and each have been all hermet ab but every tradition was very rich and good work made is living and it's very good that the tibet tradition the Zen Buddhism Zen Buddhism but also the Tibetan Buddhism and so through all traditions and that is my opinion the deepest impact of the of the Buddhism that came to the West West now part of the mechanism that generated this interaction has been the institution of Western Buddhist scholarship often in the context of universities and colleges but sometimes in the context of centers like this where people where Western people begin the systematic Western style scholarly study of Buddhism and Buddhist texts and the mechanism that led to study this Western way to study whether at university or centers like this here this systematic approach study and and that has also caused a very interesting reflective influence on Asian Buddhism because in the West we tend to approach studies differently from the way people in many Tibetan traditional Asian cultures approach study and that had a back in Asien because our understanding in Western is different than the understanding in Asien I mean I'll give you one point one one respect is that we tend to focus on a kind of philological and historical completeness we like to read a lot of different texts and we like to read primary texts as well as commentaries we have this kind of drive to try to excavate texts edit them read them and read lots of them by contrast many of the traditionally Asian centers of Buddhist learning have fairly rigid narrow historical curricula where very often students study primarily secondary literature monastic textbooks or commentaries and not root texts and in particular even when they do study root texts study only one or two root texts in a tradition and when they study commentaries tend not to study rival commentaries from other schools schools but only the commentaries of their own school so for instance if you were to be studying Madhyamaka in most monastic colleges in Tibet or in Indian Tibet you would not read Mola Madhyamaka Karika you would read Madhyamaka Avatara but you would only read Madhyamaka Avatara with say Tsongkapa's commentary certainly not with Garampa's commentary as well for instance that would be heretical about for a minute Hingegen in Asien is so that it is so a art steife and etwas enge art gibt immer nur sekundär literatur zu studieren und wenig wurzeltexte oder wenn dann nur ein oder zwei wurzeltexte und wenn dann die Kommentare gelesen werden müssen die aus der gleichen Linie sein man würde also niemals konkurrierende Kommentare lesen um den Text zu verstehen also Madhyamaka Mula Madhyamaka Kara würde lediglich mit dem Kommentar zum Beispiel von Lama Tsongkapa gelesen und nicht von einem anderen Kommentar dessen Name ich weiß nicht man findet hauptsächlich die Madhyamaka Avatara von Shannakheti die Mula Madhyamaka Karikas von Nagar und Shannakheti hauptsächlich mit dem Kommentar von Tsongkapa und weniger von Gorampa gohampa genau but if you were to study Madhyamaka in most western colleges or universities you would be reading Nagarjuna Mula Madhyamaka Karika you would be reading several other texts by Nagarjuna you would read Arya way to study the texts. Now, that approach is now beginning to appear in Asian universities as well, but not only Asian secular universities, but also Asian monastic universities. And that is very much a reflection of Western approaches to study that I think is having a very salutary effect on Buddhist study in Asia. Also ich erspare mir die einzelnen Details, aber ihr habt sicherlich verstanden, dass wenn man im Westen Nagarjuna studieren würde, würde man noch sieben andere Texte von ihm lesen. Man würde indische Kommentare lesen und diese vergleichen mit tibetischen und chinesischen Kommentaren und so würde bei uns eine korrekte wissenschaftliche Herangehensweise an das Studium dieser Texte aussehen. Und diese Art, diese Herangehensweise, die wird auch immer mehr in Asien übernommen und zwar nicht nur an den säkulären Universitäten, sondern auch an den monastischen Universitäten und das ist eine sehr heilbringende, also eine sehr gute Übernahme von einer guten Herangehensweise. Perhaps even more interesting and maybe more puzzling is that we also start seeing strange things appearing on bookshelves of Asian scholars. So when I go into student hostels in Sarnat, I very often see translations by Jeffrey Hopkins, by Jay Garfield, by Bob Thurman, by Don Lopez, sitting on students' desks. And when students are supposed to be studying, you know, a particular text in Tibetan, they're very often actually, these are Tibetan students. No, these are Tibetan students are reading English translations and English commentaries because they find the English much more accessible than the classical Tibetan. And they find the scholarly approach of the Westerners who are reading in lots of other texts more illuminating than the classical scholars who are often in a Tika or Vartika mode of word glosses. And so you begin now to also see this strange phenomenon that Western readings inflected by Western philosophical ideas are now moving back into Asia. And so students who are studying these are studying them in part through Western eyes. I see for example, when I'm in Osten reise, in Sana zum Beispiel, dass tibetische Studenten Tibeter in ihren Bücherregalen Übersätze von Jeffrey Hopkins, Thurman und Lopez haben. Und nicht, und da diese Übersetzungen auch angefüllt sind mit westlichen Ideen, ist es so, dass sie auch diese Ideen und mit den Augen dieser Ideen die Texte jetzt lesen und sie zum Teil die englischen Texte als mehr leichter in der Herangehensweise verständlicher finden als die tibetischen Texte selber. And this phenomenon, of course, is also opening Buddhist scholars' eyes to the presence of actually a sophisticated western philosophical tradition that underlies a lot of these translations that they're reading. And so we see Tibetan, Japanese, Chinese Buddhist scholars beginning to turn to the study of Western philosophy as a second way or a second way in to many of the betrachten Sie den Buddhismus mit Mal auch unter dem Gesichtspunkt westlicher philosophischer Konzepte. Entweder als eine zweite Herangehensweise, eine zweite Art, die Dinge zu verstehen, manchmal in dem Sinne, dass man einen anderen Gesichtspunkt wiederlegen muss, aber manchmal auch als eine Ergänzung oder ein besseres Verständnis. Und genauso wie in China Taoismus und Konfuzionismus neben dem Buddhismus bestanden und sich gegenseitig beeinflusst haben, so wird auch jetzt der Buddhismus wieder durch die Begegnung mit der westlichen philosophischen Tradition beeinflusst. Und Henry Steele Alcott's modernism, of course, is still alive and well. And we see that in the very rich and ongoing engagement with Buddhism and the sciences. In particular, of course, theoretical physics and neuroscience and cognitive science have been of enormous interest to His Holiness the Dalai Lama and to many other Buddhist scholars. And Buddhism, as a reservoir of techniques, has been of great interest to, for instance, people in theory of pain reduction, stress reduction, and so forth. And so, again, we find this kind of dialectic that reflects Buddhism as being relevant to physics and to neuroscience, keeping its modernism going. But also the openness of Buddhism to developments in physics and psychology reflects this kind of ideology. of Buddhism as essentially a modern phenomenon, a phenomenon that's open to empirical science and to reason. And when we see this interaction, we don't only see Buddhism contributing to Western science, but we see Western science contributing to Buddhism. So when His Holiness teaches about emptiness, very often he'll mention quantum mechanics. When His Holiness is talking about the nature of mind, he'll very often mention phenomena in consciousness studies. or in neuroscience. And these aren't coming out of the sutras, right? These are coming out of the laboratory. So these are ways in which Buddhism and its language are being inflected by interaction with the West. This dialectic process of being inflected by the buddhism of 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 the buddhism. Und der buddhism beeinflusst diese Wissenschaften, die sich zum Beispiel mit Stressabbau und so weiter beschäftigen. Es zeigt, wie modern der buddhism ist, wie offen er ist. Und wenn der Dalai Lama über Quantenphysik spricht oder über neurophysiologische Vorgänge spricht, dann kommt das nicht aus den Sutras, sondern das kommt aus den Labors der Wissenschaft. Und die Wissenschaft wird genauso durch den buddhismus beeinflusst und erkennt, dass dieser offen ist, empirische Ergebnisse in seine Tradition aufzunehmen und mit Vernunft zu verbinden, wie der buddhismus erkennt, was die Wissenschaft für Ergebnisse erzielt hat. Wenn wir diese panoplie von veränderten, in den buddhistischen traditionen in den Westen und in Asia, als resultat von buddhismus' Interaktion mit dem Westen, wir können sagen, dass es nicht mehr authentisch ist, es verändert. Wenn Sie das tun, ich möchte Sie zurückkehren und fragen, was ist Buddhism, was ist Buddhism? Was macht ein Doctrisch Buddhism? Buddhism is fundamentally about solving a problem, and the problem is suffering. It's fundamentally about a diagnosis of the cause of that problem, and the cause of that problem is attraction and aversion grounded in confusion. It's grounded in the conviction that once we recognize that, the elimination of that confusion can solve the problem and in a path to that solution. None of that has been abandoned. None of that has been fundamentally transformed, even though its articulation is transformed in countless ways. Wenn wir nun diese Vielzahl der Verwandlungen und der gegenseitigen Beeinflussungen im Buddhismus betrachten, dann kann man sich fragen, oh Gott, wo bleibt der authentische Buddhismus? Aber dann frage ich euch, was ist denn Buddhismus? Grundlegend ist doch der Buddhismus dazu da, ein Problem zu lösen, und das Problem ist Leiden. Und der Buddhismus stellt eine Diagnose, dass die Abneigung und die Begierde auf der Grundlage der Unwissenheit die Ursache von allem Leiden ist und auf der Überzeugung basiert, dass wenn wir das erkannt haben und diese Unwissenheit aufgelöst haben, dass wir dann das Problem lösen können. Und diese fundamentalen Prinzipien, die wurden weder aufgegeben, noch in irgendeiner Weise grundlegend transformiert. Ja, ihre Art, sie zu benennen, ihre Art, sie auszudrücken, die hat sich gewandelt, aber nicht die Essenz. Und in der Dhamma-Chaka-Pavatana-Sutta, der sehr erste teaching, die Shakyamuni-Buddha gave, upon gaining awakening, Shakyamuni-Buddha said, I teach you a path by the middle. It's not a path of annihilation, and it's not a path of permanence. And the path of annihilation, when we think about the personal continuum, is the path that says that continuum is cut, that there is no identity and no continuity between successive stages of the individual. And the extreme of permanence, is the extreme that suggests that there is something that persists unchanged through transformation, a self that is the basis of that transformation. The path to the middle, the path of the middle, is the path that says that even though the continuum is constantly changing, the continuation is never terminated. Die erste Lehre des Buddhas sagte, dass er einen Weg, Buddha sagte in seinen ersten Lehren nach seiner Erleuchtung, dass er einen mittleren Pfad lehren würde. Weder einen Pfad der Annihierung, der Vernichtung, noch einen des ewigen Selbst. Im ersten Fall wurde nämlich behauptet, dass von Moment zu Moment die Kontinuität unterbrochen würde. Und im zweiten Fall wurde behauptet, und deswegen nichts gleich wäre. Und im zweiten Fall wurde behauptet, dass es etwas gibt, was unverändert immer gleich bliebe, und das sozusagen die Grundlage der Transformation wäre. Der Buddha aber hat gesagt, Can you repeat the last thing what the Buddha said? The middle path? I teach a path by the middle, a path which is neither a path of permanence nor a path of annihilation. The extreme of annihilation is to say that the personal continuum is cut and there's no continuity when there's change. The path of permanence is to say that there is something that endures through change that is itself unchanged as the basis of permanence. And the path of the middle is to say that while the continuum is never cut, it is constantly transforming and impermanent. Der mittlere Weg sagt, dass während, obwohl, und gleich, obwohl, oder while, während das Continuum nicht unterbrochen ist, ist trotzdem ständig eine Transformation möglich. Similarly with respect to the Continuum of Buddhist teachings, Buddhist transmissions, and Buddhist practices. We have a Continuum that is constantly changing and never cut. We do not have to be bothered by the fact that there is nothing permanent that persists through that change, so long as the Continuum continues to develop and to provide a path to the alleviation of suffering. Das gleiche können wir nun von Buddhismus sagen. Es ist ein Continuum, das sich fortwährend wandelt und doch niemals unterbrochen ist. Und so wird es sich weiterentwickeln und ein Instrument sein, um das Leiden aufzulegen, aufzuheben. Thank you, Felix. Thank you for your attention. And let's go Germany. Thank you for your attention. Thank you.